Hallo Leute, ich bin gerade in meinem Zimmer und hier ist die süße Maus, die Mia Ja, meine süße Maus Hier ist jetzt hier ein Innen-Strampler von meiner Freundin Ich denke, wir gehen gleich rüber zu ihr So Ich sehe da noch ihren Body an und den Schnull Ja, sie sitzt hier gerade so, sie ist schon wach Hier ist ihre Jacke und da sind die Sachen, die ich mir immer ausgezogen habe und da ist ihr gerade schon so Und wir werden heute vielleicht die Feli besuchen, meine Freundin Ja, und deswegen nehme ich sie vielleicht mit Ich war vorher schon bei ihr aber da hatte ich meine süße Maus noch nicht mitgenommen, die Lia, ne Und dann wird sie vielleicht mal wieder rüberkommen zu meiner Freundin Ja Ich denke, das wird sie einfach so mitnehmen Also diesen Look, den sie gerade anhat Ja, muss man auch schauen, ne Wirst du mit einer Flasche mitnehmen Also dann nehmen wir doch noch ihre Flasche mit Ja So sieht das Bett jetzt aus Hier ist ein Überzug, die Decke Kissen, hier liegen Sachen rum Kuscheltiere und Decke So, das ist mein Sofa jetzt hier und ja Ja Wir werden dann noch schauen, was sie mitnehmen werden Ja Sie ist wirklich süß Sie ist wirklich an die süßen aus Die sehen wir ganz Die wird so süß So, ich habe jetzt ihre Flasche fertig Hier ist einfach so Wasser drin, das habe ich gerade dran gemacht Und hier diese grüne Flasche nehmen wir mit Ja Von Baby Love So, sie liegt jetzt hier gerade und dann hat sie noch, dass sie mitkommt Ja Ja Ja, ansonsten ist hier noch mein Teppich halt Hier, hier ist das Bett Also das Bett steht jetzt dort Das sage ich mal so, ist das kleine Babybett Was man da gerade sieht Das ist das kleine Babybett, also das ist eigentlich mein Sofa Das ist aber so klein mehr geworden Ja, ich bin ja auch gewachsen und schon mal konnte ich mich noch hinsetzen, aber jetzt will ich das nicht so gerne Hm Sehr, sehr vieles Babybett Wie nutze ich das? Da die Sohnbühne noch Ten NufinBlo IchPac ituch es so sehr Ich bin ja, ein Umi tutorials inevitably kommen Süß, oder? Ich sag mir, so einfach mit einer Form an Hier seht, hier seht ihr sie mal von hinten Na und ist so leicht mit und ich bin die Kette ich denke ich muss noch was hochladen auf dem Computer ich glaube hier drauf ist nicht so viel Speicherplatz auf dieser Kamera ja